In diesem Beispiel möchten wir eine neue Tabelle Wavi-Adressen erstellen. Diese soll die Möglichkeit bieten, zusätzlich zu unserer Kundentabelle, Sie sehen hier einen kleinen Auszug aus der Kundentabelle, Adressen zu verwalten. Die Idee ist, dass ich bei einer Bestellung zum Beispiel eine unterschiedliche Rechnungsadresse oder auch eine Lieferadresse einmal werde angeben können. Zusätzlich zu der Adresse, die hier schon in der Kundentabelle gespeichert ist, sollen also zusätzliche erfasst werden können. Diese neue Tabelle Adressen sollte folgende Struktur aufweisen. Eine Adressnummer als Primärschlüssel, die sinnvollerweise automatisch vergeben wird bei der Erfassung. Dann als Fremdschlüssel die Spalte Kunde, die eben auf die Kundennummer, die Primärschlüssel Spalte in der Kundentabelle verweist. Dann eine Spalte Name 1, Name 2, Name 3, wo eben interessant wäre, dass die ersten drei Adresszeilen eingetragen werden. Also wir wollen hier nicht den Vornamen, Nachnamen, Titel und so weiter unterscheiden, wie wir es beim Kunden selber machen, sondern einfach in Adresszeilen. Und das ist eben Name 1, Name 2 und Name 3. Natürlich brauchen wir auch hier ein Länderkürzel, dann die Postleitzahl und einen Ort, dann die Straße inklusive Hausnummer. Außerdem möchten wir verspeichern, wann die Anlage erfolgt ist, also wann der Datensatz erfasst wurde. Sinnvollerweise werden wir hier auch automatisch das Datum beim Einfügen vergeben und ob die Adresse noch aktuell ist. Standardmäßig wollen wir 1 für aktuell, 0 würde für nicht aktuell stehen, auch hier vergeben. Welche Datentypen Sie für die einzelnen Spalten verwenden möchten, können Sie sich selber aussuchen. Achten Sie aber dabei darauf, dass die Kundenspalte, hier Spalte mit dem Namen Kunde, ein Fremdschlüssel darstellt und natürlich den Datentyp der referenzierten Primärschlüsselspalte enthalten muss. Ich werfe hier einen Blick hinein in die Struktur und wir sehen zum Beispiel hier beim Microsoft SQL Server hat diese Spalte den Datentyp Integer. Wenn Sie das Beispiel mit MySQL oder Oracle umsetzen, müssen Sie dort auch eruieren, welcher Datentyp hierfür verwendet worden ist. Beim Microsoft SQL Server können Sie die automatische Vergabe der Adressnummer über eine Identity, bei MySQL mit einem Auto-Inkrement und bei Oracle über eine Sequence umsetzen. Die Sequence muss dann natürlich auch separat noch erzeugt werden. Über ein Check-Constraint soll sichergestellt werden, dass die Postleitzahl mindestens vierstellig ausgeprägt ist. Ich kenne also kein Land, wo es eine kürzere Postleitzahl gibt, weil wenn ich es ausschließlich als Not-Nal definiere, diese Spalte, könnte ich ja auch zum Beispiel eine Postleitzahl eingeben, die nur aus einer Stelle zwei oder drei bestehen. Das möchten wir über ein Check-Constraint sicherstellen. Das gilt natürlich nicht oder leider nicht für die Anwender von MySQL, weil hier Check-Constraints im Moment noch nicht unterstützt werden. Wenn Sie die Tabelle erstellt haben, fügen Sie anschließend noch ein paar Testdatensätze ein, um das Ergebnis zu prüfen. Pausieren Sie nun das Video und lösen Sie die Aufgabe. Wenn Sie damit fertig sind, fahren Sie mit dem Video fort und sehen Sie sich meine Musterlösung an. Betrachten wir uns nun die Lösung oder das Ergebnis und fangen wir mit dem Microsoft SQL Server an. Wenn wir eine Tabelle erstellen, benötigen wir auch zusätzlich Constraints. Constraints-Einschränkungen wie zum Beispiel Fremdschlüssel für eine Beziehung oder auch eben der Primärschlüssel oder in unserem Beispiel ein Check-Constraint für die Postleitzahl. Prinzipiell haben wir drei Möglichkeiten, wann oder wie wir ein Constraint definieren. Wir können es auf Spalten-Ebene, das heißt gleichzeitig mit der Spalte definieren. Wir werden im Anschluss noch die zwei anderen Varianten zeigen, das entweder auf Tabellen-Ebene, das heißt am Ende der Definition der Tabelle zu definieren, oder die dritte Variante ist überhaupt zuerst einmal die Tabelle ohne die Constraints zu erstellen und anschließend mit einer Alter-Table-Anweisung diese zu ergänzen. Starten wir hier mit der ersten Variante. Mit Create-Table, Wavi.Adressen erzeugen wir diese Tabelle. Ich habe hier die Spalten definiert wie nach unserer Vorgabe. Adrnr, Adressnummer, Kunde, Name 123, Land, Postleitzahl, Ort, Straße, Anlage und Aktuell. Folgende Datentypen habe ich zum Beispiel hier beim Microsoft SQL Server gewählt. Integer für die Adressnummer und damit sie automatisch vergeben wird, den Zusatz Identity. Das heißt, ohne weiteren Zusatz wird die Identität mit einem 1er beginnend, also einem Startwert von 1 und einer Schrittweite von 1 definiert, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter durchnummeriert. Außerdem habe ich hier über Constraint, PK, gefolgt vom Namen der Tabelle, also PK-Adressen, Primary Key, den Primärschlüssel definiert. Da ich es hier auf Spalten-Ebene definiert habe, muss ich nicht mehr zusätzlich angeben, dass die Adressnummer der Primärschlüssel ist. Das wird hier dadurch automatisch definiert. Es gibt dann noch die abgekürzte Form, dass ich überhaupt diesen Zusatz Constraint, PK-Underline-Adressen, also den Constraint-Namen, weglasse und nur direkt über die verkürzte Form ein Constraint definiere. Das hat allerdings den Nachteil, das sind Systemtabellen, die mit einem automatisch definierten Namen angelegt werden, die Constraints. Und wenn ich sie später ändern, löschen oder sonst was möchte, hat das gewisse Nachteil. Also wenn man das sauber macht, vergeben wir explizit hinter dem Schlüsselwort Constraint den Namen für ein solches. Dass der Primärschlüssel automatisch vergeben werden soll, kann ich wahlweise angeben, aber das Not-Nal kann ich weglassen, wenn ich einen Primärschlüssel definiere in derselben Anweisung. Da passiert das automatisch. Die Spalte Kunde mussten wir als Integer definieren, weil der Primärschlüssel, auf den wir verweisen, ebenfalls diesen Datentyp hier verwendet. Über Not-Nal lege ich fest, dass ich immer einen Kunden für die Adresse eingeben muss. Das würde ja bei einem Foreign-Key nicht automatisch passieren. Und hier die Syntax für den Fremdschlüssel, Constraint, Name für den Fremdschlüssel, FK-Underline-Ausgangstabelle, Underline-Zieltabelle, das ist die typische Variante. Foreign-Key, also Fremdschlüssel, References, verweist auf und die Zieltabelle und die Zielspalte. Danach die drei Spaltennamen 1 bis 3, die ich mit einer maximalen Länge von 100 Zeichen hier definiert habe, als War-Character. Wenn Sie so international sein wollen, dass Sie auch bestimmte Sonderzeichen, slawische oder überhaupt chinesisch-japanische und andere Zeichen verwenden wollen, müssten Sie hier den N-War-Character, National-War-Character verwenden. Zumindest eine Adresszeile müssen wir vergeben, deshalb hier als Not-Null. Name 2 und 3 habe ich nicht als Not-Null definiert. Das Länder-Kennzeichen bis zu 3 Zeichen, Postle-Zahl habe ich jetzt hier bis zu 8 Zeichen definiert, könnte natürlich auch länger sein, wenn spezifische Länder benötigt werden. Auch die Postle-Zahl muss erfasst werden und dann habe ich jetzt hier gleich das Check-Constraint definiert. C-K für Check, Underline-Adressen, Name der Tabelle und am Schluss noch die betroffene Spalte, also PLZ-Check. Das ist eine Möglichkeit, dass die Länge mindestens 4 Zeichen betragen muss. Name der Spalte, Postle-Zahl, Like und dann hier jetzt genau 1, 2, 3, 4 Unterstriche, das heißt exakt 4 Zeichen und ein Prozentzeichen, das heißt eben mindestens 4 Zeichen, wie viele Anschließe noch kommen, wäre egal. Mehr als 8 können es natürlich ohnehin nicht sein. Wir Zeichnung des Ortes zum Beispiel mit maximal 50 Stellen, ebenso die Straße und dann das Datum der Anlage. Da habe ich zum Beispiel als Datentyp ein Small Date Time verwendet und über einen Default-Wert definiert, dass er vergeben werden muss. Das, was wir hier sehen, ist jetzt eine Besonderheit für den Microsoft SQL Server. Standardwerte, Default-Werte werden nicht als Spalten-Eigenschaft, sondern als Constraint implementiert. Deshalb gleiche Syntax wie bei einem Primary Key, Foreign Key oder Check Constraint, nämlich Constraint df für Default-Adressen-Underline-Anlage. Ich kann das natürlich auch weglassen und auch nur Default-Sys-Datetime hier hinschreiben. Dann habe ich eben die kurze Syntax und der Name wird automatisch vergeben und ist halt nicht so schön, wie wenn ich das selber bewerkstellige. Das gleiche bei aktuell als Bit, das heißt, das kann wahr oder falsch sein. Default 1 hier über ein Constraint definiert, das heißt, der Standardwert beträgt hier 1 und not null. Der Wert muss vergeben werden. Ich führe nun einmal diese Anweisung erstmalig aus und ich habe jetzt damit diese Tabelle hier erstellt. Ich kann Constraints wahlweise natürlich auch auf Tabellenebene definieren. Um Ihnen das zu zeigen, lösche ich die soeben erzeugte Tabelle noch einmal und habe hier die zweite Variante. Was ist hier anders? Alle Constraints mit Ausnahme der Default-Werte, für die funktioniert das nicht, habe ich ans Ende der Anweisung verschoben. Das heißt, im Anschluss an die letzte Spalte, das ist aktuell, habe ich noch einmal ein Komma ergänzt und danach die drei Constraints der Primärschlüssel, das Check-Constraint und der Fremdschlüssel. Die Syntax ist eigentlich fast ident wie vorhin. Was ist der Unterschied, zum Beispiel beim Primärschlüssel und Fremdschlüssel ersichtlich, dass ich hier zusätzlich, nachdem ich es ja nicht auf Spaltenebene definiert habe, noch mit angeben muss, welche Spalte ist betroffen. Weil das würde sonst nicht funktionieren. Das heißt, ich muss jetzt hier zum Beispiel beim Primärschlüssel angeben, dass die Adressnummer der ist. Und auch hier beim Fremdschlüssel, dass die Spalte Kunde betroffen ist. Immer dann, wenn der Fremd- oder Primärschlüssel sich auf mehrere Spalten bezieht, müssen wir sogar diese Variante mit der Definition auf Tabellenebene verwenden. Die zuerst gezeigte Variante ist nur möglich, wenn Constraints sich immer nur auf eine Spalte alleine beziehen. Ja, und auch diese Anweisung führe ich jetzt einmal aus und habe damit diese Tabelle erzeugt. Ich möchte Ihnen aber natürlich auch die dritte Variante nicht vorenthalten und deshalb lösche ich jetzt diese Tabelle noch ein zweites Mal. In der dritten Variante vergebe ich hier überhaupt kein Constraint. Das heißt, Sie sehen genau die gleiche Definition der Tabelle, aber sogar die Default-Werte habe ich hier beim SQL-Server noch weggelassen. Ich führe diese Anweisung aus und habe jetzt eine Tabelle ohne jegliches Constraint, kein Primärschlüssel, kein Fremdschlüssel, kein Standardwert, nichts ist hier vergeben. Nun kann ich das nachholen, indem ich mit einer Alter-Table-Anweisung nachträglich das erledige. Eigentlich relativ einfach. Die Grundanweisung lautet Alter-Table, Name der Tabelle, in unserem Fall Wavi.Adressen, und Add füge hinzu. Und das, was wir danach hinschreiben, ist die exakt selbe Syntax, als wie wenn wir ein Constraint auf Tabellenebene definiert hätten. Das heißt einfach nur Alter-Table, Name der Tabelle, Add und die Definition. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel hier den Primärschlüssel ergänzen. Mit dieser Anweisung füge ich das Check-Constraint für die Postleitzahl hinzu. Mit der dritten Anweisung den Fremdschlüssel, der auf die Kundentabelle verweist. Und auch die Defaults könnte ich auf diese Art und Weise nachträglich ergänzen. Was muss ich jetzt hier von der Syntax beim Microsoft SQL Server beachten? Dass hier Anschluss am Ende noch vor und der Name der Spalte, also vor Anlage oder hier vor aktuell ergänzt werden muss, damit ich das machen kann. Damit für diese zwei Anweisungen gleich gemeinsam aus, habe ich jetzt diese Standardwerte definiert. In allen drei Fällen habe ich eine idente Tabelle erzeugt und zum Abschluss füge ich in diese Tabelle noch mit dieser Anweisung drei Testdatensätze hinein. Diese beziehen sich auf unterschiedliche Kundennummern. Zwei beziehen sich hier auf dieselbe Kundennummer, nämlich 136 und eine dritte Adresse auf die Kundennummer 132 als Fremdschlüssel. Beim Microsoft SQL Server werden Identity Spalten, also in unserem Fall die Adressnummer, beim Insert einfach ignoriert. Noch ist die Tabelle leer. Wir haben sie ja gerade erzeugt. Es ist noch nichts enthalten. Und nun füge ich diese drei Datensätze ein. Und das ist nun das Ergebnis. Diese drei Zeilen haben wir in die Tabelle eingefügt. Und zur Kontrolle geben wir uns nicht nur die Adressen am Ende aus, sondern auch kombiniert in dem Fall mit den Kunden. Das heißt, ich habe hier Nachname, Vorname und Kundennummer plus die wichtigsten Informationen aus der Adresstabelle verwendet und diese beiden über Kundennummer und die Spalte Kunde gejoint. Und damit sehen wir das Ergebnis, dass hier für Kundennummer 136, das ist die Petra Deutschmann, diese zwei Adressen und für die Ursula Sauber mit der Kundennummer 132 diese Adressen hier erfasst worden sind. Wenn Sie eine Tabelle erstellen, dann können Sie also ein Constraint bereits beim Erstellen entweder auf Spaltenebene, direkt bei einer Spalte angeben, auf Tabellenebene am Ende der Definition der Tabelle oder anschließend nach dem Erstellen der Tabelle über eine Alter-Table-Anweisung ergänzen. Achten Sie dabei darauf beim Microsoft SQL Server, dass diese Anweisung, das Ergänzen des Primärschlüssels, im Nachhinein nur dann erfolgt, wenn zu diesem Zeitpunkt die Spalte entweder als Identity oder explizit als NotNAL definiert worden ist. Sonst muss das vorher noch passieren. Also ich kann einen Primärschlüssel nicht aus einer Spalte machen, die NAL-Werte noch zulässt. Das funktioniert eben nur, wenn es innerhalb der selben Anweisung hier passiert. Dann brauche ich das nicht zu definieren. Wenn Sie das Ganze wiederholen wollen und noch weiter testen wollen, können Sie mit der Anweisung Drop Table, gefolgt vom Namen der Tabelle, diese auch wieder löschen.